Vieles kommt ans Licht, weil Licht Dunkelheit bricht. Unsere Zeit ist jetzt gekommen, für uns einzustehen, unseren Weg zu gehen. Vieles haben wir uns genommen. Für den 1.8.2020 haben wir gemeinsam mit Nicht ohne uns eine Versammlung unter dem Titel Das Ende der Pandemie, der Tag der Freiheit angemeldet. Oh, ich will frei sein, frei sein, will Flieger. Oh, ich will frei sein, frei wiederfinden. Dieser Tag wird historisch und der Kalender wird zukünftig mit dem 1.8. einen neuen Feiertag bekommen. Der 1.8. wird als Tag der Freiheit gefeiert werden. Und dann werdettert, der ja, gut Perhaps sein, werdettert. Der 1.8.000 seh, werdettert. Der 1.8.000 ist, was er an der Liedsplatz für 11.000. Der 1.8.000 sich. Der 2.8.000 undaeldenberryt.